XXVI Notlandung in Saabsburg. Huwubo RRR reisen unangenehm so ist denn sich Swinilnisch während er permanent durchgerüttelt wird. Hier in der alten Movi hat ein Co-Pilot noch echte Aufgaben. Ständig beschlägt die Frontscheibe. Obwohl die selbst gebastelten Heizbirnen auf Hochtouren laufen haben alle außer Willi Eisklötze an den Füßen. Havubo grunzt er nun deutlich hörbar. Keine Regung bei Herrn Pilot Rechthändwerk, also muss er vorbei nachfragen. Swinilnisch versucht so deutlich wie möglich zu formulieren, ein großer Fehler. Holla huwa. Fliegen wir genau wozu drauf hinsegeln? Opa Willi versteht natürlich kein Wort, also muss Hengai übersetzen. Kollege Ropa meint wo wir genau hinfliegen. Saabsburg ist klar, aber dann weiter? Nun versteht auch endlich der Pilot die Frage, er antwortet. Ach so ja, wir fliegen nach Quita sei der zweitgrößten Stadt in Saabsburg. Die wilden Parkiner feiern wieder mal ein Fest. Was genau keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dein Vater dort. Zumindest sollte er noch dort anzutreffend sein. Meint Willi dann kleinlaut. Die Gegend unter ihnen ändert sich, wird schroffer und hügeliger. Nadelwälder dominieren nun das Bild. Pacharabe blinzelt lieber ihren Kommen. Sie zieht sich so viel als möglich über dieses raue Völkchen rein. Was sind das für Leute bzw. was ist das für eine Spezies? Der Stamm der Parkiner war der Herrscher dieser Welt bis zu den ersten Neuankönnling via Tepshod vor etwa 250 Jahren. Die gängige Vorstellung eines Alien hat sich durch sie schnell relativiert. So ein langweiliger Vorgang wie eine Evolution ähnelt sich nämlich immens. Man war dennoch erstaunt auf so ein genaues Spiegelbild zu treffen. Gibt es doch in der alten Welt, im Rasystem allein, mehr Abweichung. Man denke hier nur an die Ruba oder die Emits. Rau aber friedlich, sehr schlau und zurückhaltend. Eher Sonderlinge die in Ruhe gelassen werden wollen und feierwittige biersaufende Barbaren. So werden sie beschrieben. Außerdem soll ihre Mutke sehr gewöhnungsbedürftig sein, aber nach Svinenischs Galaktik und Andrasgeole kann man das im Vorfeld abhacken. Jetzt wird also gleich runtergegangen in Quitteseid, mitten im Herzland der Parkinger. Oh ja, ihre Städte die klingen alle so als ob sie sich ein philosophischer Kriegshirr nach zwölf Bier ausgedacht hat. Sehr lustig, dachte sich die junge Diplomatentochter. Sie wird aus ihren Gedanken gerissen als plötzlich ploppende Geräusche zu hören waren. Immer schlimmer wird's. Opa Willi wurstelt an irgendwelchen Knöpfen rum und schlägt auf eine Anzeige ein. Jetzt wird's ihr zu bunt. Was ist das? Fragt sie schrill. Verdammte Tankanzeige brummt der Pilot. Dieser blöde Apothekensprit-Ersatz verbraucht sich zu schnell. Zum Glück sind wir bald da, aber schnallt euch besser an. Wird ruppig. Zack. Vier Gurte klicken. Diese eine Ansage genügt. Movi verliert zu schnell an Höhe. Oh nein, ein Segelflug sieht anders aus. Im absoluten Notfall spreng ich euch raus, meint Willi nun beiläufig. Aber erstmal versuch ich diesen eleganten Vogel irgendwie in einem Stück runterzubringen. Noch ist Hoffnung. La la la. Opa Willi fängt an zu träddern. Auch das noch denkt sich Pachara und hält sich die Hände vor ihre Augen. Aus dem Auspuff kommen jetzt nur noch Flops, kurz bevor der Motor komplett seinen Dienst verweigert. Jetzt müsste doch bald die Festwiese zu erkennen sein. Willi versucht angestrengt hinter den Wald zu schauen. Das sind einige Tannen zu viel für meinen Geschmack. Wenn das so weiter geht hau ich euch raus. Selbst Opa Willi wird nun nervös. Dann, kurz vor knapp schreit jemand Bestimmtes. Hinten Lichter weiter leuchten segelnvoll. Nochmal. Alles. Der Pilot sieht es nun auch, endlich, mit letzter Kraft. Gerade so, einige Fichten werden bereits rasiert. In ihren letzten Zugungen erreicht Movi die Festwiese. Der Aufprall ist heftig. Alle Insassien hängen in ihren Gurten. Swinilisch vorne reißt es die Brille vom Kopf. Ein kleiner Tropfen lila Blut rinnt aus seiner Nase. Opa Willi hat eine Platzwunde am Kopf. Trotzdem hält er das Steuer fest. Er muss versuchen durch die ersten geparkten Flügers unbeschadet durchzukommen. Bremsen ist auf dieser nassen Hoppelweide so gut wie unmöglich. Alles was er tun kann ist versuchen niemanden zu treffen und darauf zu hoffen, dass das alte Flugzeug endlich zum Stillstand kommt. Irgendwann ist es dann soweit. Von allen Seiten strömen Parkina herbei. Sogar die Feuerwehr rollt an, unnötig, ist ja kein einziger Tropfen Sprit mehr an Bord. Bald ist das Flugzeug von langmännigen blonden Parkinern umringt. Opa Willi entriegelt die Türen, die vier Passagiere steigen aus. Sofort kümmert sich Pacharapechabon um Swinilischs Verletzung. Ein besonders beachtlicher Einheimischer bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmasse. Er hat ein kleines Mädchen an der Hand. Hengai erkennt ihn sofort wieder. Es ist Eivind Lundbaden der Regionsvorsteher, zusammen mit seiner elfjährigen Tochter Ewel. Von Leviathan zu Westerburg, seinem Vater, fehlt jedoch jede Spur. Schnell verschafft er sich einen Überblick über die Absturzstelle. Er erkennt Opa Willi trotz Verband am Kopf. Wilhelm Rechtenberg. Du schon wieder. Was ist denn diesmal? Evie lud neugierig hinter ihrem Vater hervor. Der junge Westerburg, Henwei, wollte mit seinem Vater sprechen, da hab ich gedacht ich flieg mal rasch rauf nach Quiterzeit zu eurem was feiert ihr gleich wieder? Antwortete Willi und hält sich seinen Verband. Eivind, Evie und einige andere wilde Nordmänner sehen sich daraufhin die restlichen Passagiere der Absturzmaschine genauer an. Septemberfest, wir feiern den Beginn der Erdbeerseison sagte Eivind Schau an. Henglei zu Westerburg, Evie links noch angestremter in seine Richtung, was sind denn die anderen für Mitbringsel? Svinenisch ist unbehaglich wegen der rauen Gesellen. Er hat die Hände zwischen den Beinen, kauert auf dem Boden und lässt seine Pupillenradar gleich von links nach rechts wandern. Patjara Pekjabon steht neben ihm und tätschelt aufmunternd auf seine Schulter. Hallo Herr Lundbaden sagt Henglei schließlich das sind meine Freunde von drüben. Ist mein Vater noch hier? Nein, heute Morgen abgereist. Hat schlechte Nachrichten im Gepäck gehabt. Wenn das alles stimmt. Er wird von Opa Willi unterbrochen. Freilich stimmt's. Die wollen hier die Kontrolle übernehmen. Hypatier hochfein die Erste zusammen mit ihrer Marionette Juriewicz. Wann kapieren die es endlich? Sie sollen uns in Ruhe lassen. Eivind Lundbaden, selbst gebeutelt von den Ereignissen in letzter Zeit, nippt bedächtig. Schattenlieben unter seinen blauen Augen. Ja, da ist was wahres dran. Antwortet er schließlich. Deshalb bin ich ja hier. Platzt Henglei los. Wir haben erfahren, dass sie ganze Robote Reinheiten auf dem Exo zusammenschrauben zum Angriff auf euch. Das wollte ich meinem Vater persönlich sagen. Eivind lehnt sich ein wenig zurück und hält sich das Kind. Henglei, deine Fantasie in Ehren, aber glaub mir, dein Vater und ich, wir haben das im Griff. Gerade gestern haben wir besprochen, falls nochmal was passiert, dann. Das ist zu wenig. Geht Henglei dazwischen, es geht um viel mehr. Sogar Rebelle-Guff steckt mit drin. Die machen Experimente. Neue Bots und verbotene Waffen. Eivind beschwichtigt. Henglei. Was passiert ist wahr schrecklich. Für alle, natürlich auch für mich. Er sieht traurig auf den Boden. Aber schau mal, all dies schweißt uns hier in der sogenannten Neuen Welt noch mehr zusammen. Da müssen die schon mehr auffahren. Außerdem ist das reine Spekulation. Bis dato haben wir keine Beweise. Warum in aller Welt sollte die imperiale Krone sowas tun? Wir sind auch Teil ihres Reiches. Wir akzeptieren sie sogar. Seit dem Raum tun wir stabile politische Verhältnisse in einem wasserdichten Machtsystem. Viel Gutes hat die alte Welt uns hier gebracht. Auch wenn ich einen schrecklichen persönlichen Verlust erlitten habe. Zusammen mit deinem Vater haben wir jetzt ein Trackensystem entwickelt. Das nächste Mal finden wir den Schuldigen. Es ist sehr gewagt gleich die höchste Instanz zu verdächtigen. Nein. Nach unseren Recherchen ist eine unabhängige Terrorzelle verantwortlich. Wir finden die Täter und diese werden dann zur Rechenschaft gezogen. Henglei lässt den Kopf hängen. Mit so viel Unverständnis hat er niemals gerechnet. Aber glaubt mir doch. Da war doch dieser verrückte Exa-Klassenroboter oben auf dem Wechs. Wir müssen aktiv werden. Eivind geht mitleidig lächelnd auf ihn zu und hebt ihn hoch wie einen kleinen Jungen. Auf Augenhöhe sagt er zu ihm. Ja, das werden wir. Gleich jetzt. Wir feiern den Beginn unseres 437 Septemberfestes. Die Krüge hoch. Hoch die Tassen rufen die Parkinger ringsum. Auch Wilhelm Rechtenberg hat den Absturz eben bereits vergessen und schon ein Originalparkinger Trinkhorn in der Hand. Mit seinem Kopfverband sieht er absolut original aus. Und wenn er sich nicht mehr so Leeuwen geht, das ist nicht mehr so sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich noch viel Erfolg gewesen. Und das ist das, der also ist die vierte Kreis Chinese, die ruhig zu arbeiten. Und das ist ein zweit. Und das ist die vierte Kreis. Und das ist die drücke, die fünf Regen. Und das ist ein schreit. Und das ist ein Röch. Und das ist das zu den St. Vielen Dank. Vielen Dank.